Hallo Freunde und willkommen zum neuen Vlog Video. Ich und Kevin sind gerade auf einer kleinen Reise, beziehungsweise wir schauen uns gerade ein neues Lost Place an und wir wollen euch unbedingt mitnehmen. Ob es euch gefallen wird, das werden die Daumen nach oben entscheiden. Wir hoffen es natürlich und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Okay, weiter geht's. Ich muss mal ganz kurz testen, was mehr weh tut. Sagst du mir, ob das mehr weh tat oder die Seite? Okay, das war wahrscheinlich ein Essensaufzug. Das ist ja erstmal die erste Etage. Ich dachte wir sind schon viel weiter oben. Das ist erstmal der übelste geile Treppenaufgang da vorne. Okay, ich würde sagen wir gehen jetzt mal hoch. Gras hier ist ein Loch. Da kannst du durchs Dach gucken. Ist ja der Wahnsinn. Der Treppenaufgang ist mal übelst geil. Das ist so typisch DDR, ne? Diese weiche UVC-Bose. Ach guck dir das an. Das ist heftig, das ist heftig. Kann das wirklich von da oben? Ne, das haben Leute hier aufgetragen. Wow, ich finde das mega heftig. Weiß ich nicht. Das sieht nur so aus, als wäre das hier hingeräumt. Ich weiß, das ist komisch, aber als hätte man das durchgebrochen. Mutwillig. Die sind dann schön hier aufgestapelt oder was? Keine Ahnung. Das ist mir so ein bisschen zusammengekehrt hier so. Weiß man nicht. Ach, hier sind wir gerade durch. Ich hab's gesehen. Und da geht's auch runter. Und das waren Toiletten wahrscheinlich. Ey, heißt das, dass ihr wirklich geile Fotos machen könnt? Ja, schön hart. Mega nice. Ach, scheinlich. Entschuldigung. Ich hab's gedacht, dann alles wackelt. Okay, hier haben wir keine Tür. Überzeige. Aha. Was war das? Stinkt auf jeden Fall. Ich hab die Zeitung mit dem Tablet. Ich hab's gedacht. Gefährlich irgendwie. oh sieht schön aus oh die scheiß Nägel da kann man voll durchgucken ok das kann von oben ach du scheiße ich bin mir grad echt nicht sicher aber es wird ja nicht alles mit immer einstürzen oder? na dann da hoch auf dieser leiter wünscht mir glück wieder raus geht der tanzerfahrer David das ist heftig in den Anden war er unterwegs Panzerfahrer David nächste Woche gehts ab nach Moskau Rooftop Climbing ja ne Sonne. Gegenlicht. Halb, halb. Er entdeckt gerade die Fotografie für sich. Süß, ne? Mach's nicht. Wir können alles einbrechen. Lass es doch mal. Hast du es gehört? Ja. Da gaben mächtige Rumser. Wir müssen mal gucken, vielleicht finden wir unten sogar den Schwammstein wieder. Wir machen den Lekrier rein und sehen mal, ob es das richtig ist. Und das war unsere kleine Reise. Wir hoffen natürlich sehr, dass euch dieses kleine Vlog-Special gefallen hat und wir würden uns über Feedback natürlich von euch freuen. Vielleicht hat der ein oder andere sogar noch Vorschläge, wo wir demnächst mal hingehen können. Wenn ihr jetzt noch mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst einfach ein Abo da und klickt jetzt auf Gefällt mir. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao.